So, der Typ ist weg, ich weiß mal nicht, wo der ist, aber wo ist dieser Wache? Such nach der Rosenkirche, westlich der Torstadt. Gibt's keine Rosenkirche, wo soll denn diese scheiß Rosenkirche sein? Da, da ist die. Da, da war ich noch gar nicht. Zwei. Da, da war ich noch gar nicht. 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 Was war da denn? Was? Was war da denn? Was war da? Was war da denn? Was war da? 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 Ich glaube die drei Invasionen, man muss ja nicht mal, man kann ja auch sterben, ist völlig egal. So an die, meint er jetzt hier. Stoff der mit der Bluterjungfer, Gunst des Fürsten, des Blutes. Jetzt gehen wir wieder zu dem zurück. Ich hasse Questlines, wenn da nicht direkt eine Grace ist. Das nervt übel, immer wieder hinlatschen. Boah. 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 Blutiger Finger. Boah. 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 gegangen bin, oder wie? Besiegen wir mal Ware, ne? Mal gespannt, was er kann. Neu, wo ist der? Da ist er. Ist er denn eigentlich für Kasselder? Ist das eigentlich für Kasselder? Ja stimmt, kann ich ja mal das ausprobieren Oha Das macht dann etwa viel mehr Schaden hier, dass ich das mit dem Schwert Also ich noch mal heilen wollte Runenbogen, Krumfinger Medizin, wie das alles? Also man kriegt von dem gar keine Items oder so, man kriegt echt nur diese Einladung zu Mockwin Aber müsst ihr selber wissen, ob euch das das wert ist, so früh im Spiel da hinzugehen Es sind free 400.000 oder 500.000 Runen Aber ob sich das lohnt auch für diese doofe Questline hier zu machen Kann man halt auch chillig einfach später machen Vom Eisgebiet aus, dann kann man da auch chillig hin Da muss man hier ja nicht extra hin und her laufen die ganze Zeit Die Questline, die fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen Das ist das Das ist das Und das ist das Und das ist das